moin lichtsetzer herzlich willkommen hier zum lichtblick mai dem wonnemontat mai und ja es gibt ein paar news es ist aber ein bisschen anders als es sonst ist auf diesem lichtblick und das ganze warum wieso weshalb seht ihr hier gleich nach dem intro ja schön dass ihr dabei geblieben seid intro muss ja immer sein aber dieses intro wird demnächst auch ausgetauscht und warum wieso weshalb das werde ich euch auch gleich erklären aber fangen wir erst mal mit den themen an und ich sag mal ein anderer kollege sagt immer aufreger der woche ich sag jetzt mal aufreger des monats oder des frühjahres worüber ich mich aufgeregt habe ist der erste punkt hier heute in meinem lichtblick ja die photopia ist ausgefallen oder fällt aus ihr habt das sicherlich mitgekriegt und ich will über die gründe gar nicht spekulieren weil ich bin kein insider warum wieso weshalb und die gerüchte küche möchte ich doch nicht weiter anheizen ich habe zwar auch meine theorien dazu und auch andere youtuber kollegen mit denen ich mich unterhalten haben ihre theorien dazu ich kann nur sagen es ist sehr sehr schade und liebes photopia termin team falls ihr das hier mal durch zufall mitkriegen solltet ihr habt wirklich ein super job gemacht die messe hat richtig spaß gemacht und aus meiner sicht wäre der potenzial gewesen und vielleicht findet sich da noch mal ein ruck in hamburg und noch mal die ruder fassen wie man in norddeutschland sagt und ihr macht es doch noch mal vielleicht auch eine kleinere abgespeckte version samstag sonntag würde auch reichen vielleicht auch wieder ein bisschen kleiner back to the roots keine ahnung aber ich fand das ganze sehr schön so mit der kombination hamburg und messe klar kommt immer das argument quer durch deutschland fahren die für süddeutschland ja sorry aber ich fahre für ein foto spot auch mal 600 kilometer also mich stört das nicht es ist immer eine frage wie man selber aus seiner eigenen komfortzone herausbrechen möchte um etwas zu erleben das ist eben halt ganz wichtig ja das nächste jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert weil hier gerade was brummt das machen wir ihm aus handy vergessen auszumachen man will nicht big man vergisst das handy auszumachen ja passiert auch das nächste ist aber man braucht natürlich ersatz für so eine photopia photo china gibt es ja noch nicht die habe ich selber auch nie erlebt ist auch nicht so schlimm von daher aber ich habe mir dann überlegt es gibt noch das foto festival zingst das könnte man machen man könnte oberstdorf machen ja jetzt sage ich natürlich oberstdorf sehr süddeutschland ich würde darunter fahren das ist nicht das problem ich würde auch nach zins fahren und die foto adventure nur leider ist das so komprimiert vom terminplan her dass das alles sehr dicht beieinander liegt und überall hinfahren gleichzeitig kann ich natürlich auch nicht und ich habe jetzt einfach mal die goldene mitte gewählt und nehme die vier stunden fahrt auf und fahre nach duisburg zur foto und adventure und wenn ihr lust hat und zeit habt dann kommt da gerne auch vorbei nicht meinetwegen sondern wegen den ausstellern wegen dem erlebnis des lapardus wegen der nachts beleuchtung wegen andere foto leute treffen sich connecten spaß haben anderen leuten beim fotografieren zuzugucken das ist dort alles möglich und deswegen kann ich euch nur empfehlen vater hin und die karte kostet für das ganze wochenende ich habe nur den preis für das ganze wochenende im kopf 22 euro ich glaube am tag 15 euro oder sowas keine ahnung aber sowas in der range liegt dass das ist nicht viel geld und man kann da auch vor ort ein paar sachen kaufen also letztes mal war rollei dabei und hat also ganz viele sachen mal eben für einen günstigen kurs verkauft also ein dickes pop man die solltet ihr mitnehmen ich weiß gar nicht ob es seine c automat gab ich glaube das gab gab es da auch irgendwo aber ein bisschen bargeld sollte man mitnehmen ja also man kann eine ganze menge sehen es waren auch ganz viele vorträge eben halt da also von daher sind zwei tage auch ordentlich programm dort also man kann auch ständig rein in die messe man kann raus wieder aufs gelände fotografieren kann wieder rein kann auf den food court gehen kann dann kaffee trinken kann da seine bratwurst essen also es ist wirklich für alles was gegeben und das ist nicht nur eine messe das ist wirklich zum anfassen das heißt also wirklich sich connecten und ja ich freue mich schon den einen oder anderen wo ich weiß dass er daherkommt muss natürlich jeder selber sagen ob er her kommt aber ich freue mich auf jeden fall wenn ich da ganz viele leute treffe die ich eben hat durch diese youtube community aufgebaut habe und ich freue mich natürlich auch wenn ein paar follower von mir hier also abonnenten sich einfach mal melden und sagen hallo torsten und ich sag mal schnackt mich einfach an ich habe da bock zu ich spreche gerne mit euch und lasst uns einfach quatschen über das schönste hobby der welt der fotografie in duisburg ich werde am freitagabend schon da sein ich werde dann straight so ein bisschen nachts durch den lichtpark laufen und da fotografieren ich war letztes jahr schon da also ein bisschen kenne ich mich inzwischen aus ich kenne zwar nicht jede ecke aber das ist ja das schöne ich kann man diesen mal noch ein paar sachen neu entdecken und das werde ich natürlich auch tun ja kommen mal zu den aussichten ja was kommt demnächst noch also ich habe noch eine fototour mit zwei anderen youtuber geplant das wird demnächst ein video zu geben ich habe noch ganz viel material auf der platte was ich bis jetzt noch nicht geschnitten habe mir fehlt im moment bis in die zeit beruflich muss man auch ganz klar sagen youtube ist auch nur ein hobby es ist ja keine einnahmequelle für mich oder überhaupt beruf sondern das ist einfach etwas zum spaß haben jetzt fehlt mir natürlich ein bisschen die zeit aber ich versuche trotzdem weiterhin jede woche ein video rauszubringen vielleicht mal auch zwei es könnte sein dass die im halt auch alle ein bisschen kürzer werden wir werden sehen aber es kommt definitiv material raus ich will euch das auch nur sagen an der stelle und ja wie gesagt ich habe noch eine ganze menge material es kommt noch eine ganze menge ich habe auch ganz viele ideen im kopf was ich machen möchte und was ich auf jeden fall sagen kann also jeder der den kanal abonniert hat weil wegen analoger fotografie es kommt definitiv demnächst wieder was mit analog ist nur analog muss ich ganz ehrlich sagen das dauert auch zeitlich länger als digital ja digital gehe ich raus mal ein paar fotos zack auf dem rechner drauf ein bisschen video material zack geschnitten ganz zack geschnitten ist das nicht weil sonst hätte ich nicht so viel material auf der platte aber ich sag mal so süß oder sperre damit erstmal so von der vorstellung hat das ding hat mich insgesamt gute acht stunden zeit gekostet also mit vor ort und mit schnitt und allem drum und dran das ist relativ zügig analog kann ich das auch so schnell machen das problem ist nur ich habe nämlich noch keine fotos da und die muss sich dann entwickeln und digitalisieren oder auf papier bringen also und aber in diesem prozess bin ich gerade drin aber es kommt definitiv noch was also kamera vorstellung auf jeden fall also ich habe gerade noch ein paar neue kameras dazu bekommen analoge da werde ich auf jeden fall noch eine kleine vorstellung zu machen dann werde ich auch kurz erzählen was mit der h1 passiert ist kann ich auch jetzt schon sagen sie wird nicht mehr reparabel sein das wird winter projekt werden da werde ich euch da mal mitnehmen da mache ich da eine lampe draus wie auch gesagt ist eben halt so die also die a1e ist leider schrott und ja ist halt so dann wird es auf jeden fall noch bis was zu der rico geben da sind durch das video was ich letztens gemacht habe was ich einfach spaßesalber gemacht habe um einfach über die kammer zu berichten ist ganz viele fragen aufgekommen und ich habe dann festgestellt okay scheint wohl doch klärungsbedarf zu sein und ich habe mir jetzt so ein bisschen was überlegt und ich sammle auch noch ein paar fragen dazu ein und werde also diese fragen die sich gestellt haben werde ich somit ein paar tipps für die rico eben halt einfach mal verwursten in einem video das wird es also demnächst auch geben dann wird es natürlich weiterhin die foto forks foto touren hier geben der ganz klar wie gesagt aber so wie es kommt wie es mir vor die füße fällt und wie ich gerade auch zeitlichen lust habe also ich bin ganz ehrlich so ein monatsvlog hier ist leichter einzusprechen als nach acht stunden foto tour mit schnitt zu machen ich muss eben halt auch die zeit haben aber ich will das natürlich weitermachen das macht mir unwahrscheinlich viel spaß und an der stelle ein riesengroßes dankeschön an jeden der mich hier abonniert hat ich bin echt begeistert ich habe jetzt gerade die 700er schallmauer durchbrochen ich bin total begeistert weil er hätte ich nie mit gerechnet als ich damit angefangen habe dass es mal so viele werden ich hoffe natürlich bin ich ganz ehrlich auch auf die 1000 und wenn ich die 1000 geschafft habe dann gibt es definitiv hier ein special und dann gibt es auch definitiv etwas zu gewinnen das kann ich jetzt an dieser stelle schon sagen das steht auch schon bei mir hier unterm stein schreibtisch was es ist werde ich natürlich nicht verraten und ich will euch jetzt auch nicht locken aber ich verspreche euch das weil irgendwo möchte ich auch was gerne mal zurückgeben an der stelle für euer für eure zeit die ihr auf meinem kanal verbringt ja das sah dazu da aussichten ja wie gesagt ich habe eben schon zum anfang gesagt dieser lichtblick ist ein bisschen anders als die anderen normalerweise kommt jetzt gier des monats und dann kommt instagram des monats und ein buch und was mir nicht alles anfällt kanal des monats ich habe ja immer so ein paar sachen dabei dieses wird es heute hier alles nicht gehen aus zweierlei gründen aus dem einen grund heute ist der erste mai und hier sollte rausgehen die zeit mit der familie genießen fotografieren das schöne wetter genießen und es soll hier auch nur ein kurzes update sein und ich wollte dieses video versuchen unter zehn minuten zu schaffen jetzt gucke ich gerade um auf die uhr das werde ich nicht unter zehn minuten schaffen aber ich hoffe mal ich bleibe unter 15 minuten weil viel länger soll das eigentlich hier nicht gehen deswegen wird es das heute alles nicht geben weil sonst wäre ich definitiv bei einer halben stunde und ich merke schon ich sabbel und sabbel und sabbel und ja die wichtigste information eigentlich ganz zum schluss wer mich aufmerksam verfolgt hat wird das jetzt vielleicht mitbekommen haben ich habe ja einen whatsapp kanal der ist hier unten verlinkt das heißt dieser whatsapp kanal wenn ihr da bock habt könnt ihr euch da gerne anmelden bzw mich abonnieren ihr könnt da nicht reinschreiben ich kann auf euch auch nicht antworten ich sehe auch nicht wer da eine reaktion macht dieser dieser kanal ist einfach dafür da um euch zu zeigen ich mache ein neues video und jetzt natürlich in den sommermonaten wird es da sicherlich den ein oder anderen spot oder kurz video da auch drauf geben ich sag mal so für die leute die da bock zu haben weil kanal mitgliedschaft habe ich bei mir noch nicht auf dem kanal wo ich das sonst machen könnte und ich möchte das auch definitiv ja irgendwo in einer vernünftigen art und weise machen also wer da bock drauf hat kann das gerne abonnieren aber wer den kanal schon abonniert hat wird das festgestellt haben der name hat sich geändert und wer mir auf instagram folgt wird auf dort feststellen der name hat sich geändert und wer jetzt natürlich ganz genau aufgepasst hat wird jetzt sehen dass hier oben irgendwo bei youtube da nicht mehr lichtsetzer fotografie steht sondern da steht jetzt der lichtsetzer und ihr wisst dass ich bin immer sehr offen hier auf diesem kanal also ich versuche es jedenfalls nach alles welche natürlich nicht erzählen also paar sachen bleiben natürlich immer mein geheimnis aber ich habe immer gesagt zu diesem kanal ich will hier offen kommunizieren ich nehme euch mit auf meine reise durch youtube und ich sage euch auch die beweggründe warum ich habe damals lichtsetzer fotografie gibt es bei mir schon ganz schön lange weil ich nebenberuflich ja eben schon immer fotografiert habe und da braucht man immer einen namen und ich kann mit meinem klar namen nicht arbeiten auf nebenberuflicher basis das möchte mein arbeitgeber nicht da habe ich verständnis für von daher da habe ich gesagt okay wir machen was mit anderen namen klar steht auf jeder rechnung mein richtiger name aber ich mache nicht werbung mit meinem namen darum ging es meinen arbeitgeber das kann ich auch verstehen das ist auch akzeptabel deswegen gibt es eben halt auch einen sogenannten fantasie namen hier klar ich bin der torsten und wenn man auch guckt kriegt man auch meinen nachnamen raus das ist alles nicht das thema aber eben hat lichtsetzer fotografie grundsätzlich ein toller name und für mein nebengewerbe ist das auch eine ganz feine geschichte für den kanal war das eben halt auch die erste idee war ich auch immer mit diesem namen unterwegs war wenn ich irgendwo anders kommuniziert hatte auf youtube und damit habe ich hier auch gestartet jetzt ist es so der kanal hat sich entwickelt es sind eben halt eine ganze menge neue ideen dazu gekommen ist sind eben halt sachen die ich mache und ich merke schon dass ich nicht komplett in der fotografie bin was diesen kanal betrifft das muss man ganz klar sagen und natürlich jeder der fotografie ist dass der einschreckt es ab den anderen lockt es an aber ich möchte es ein bisschen offener gestalten der schwerpunkt wird hier immer bei fotografie bleiben das ist ganz klar das wird auch hier schwerpunktmäßig werde ich auch immer wieder foto works machen aber es wird so ein bisschen auch im bauchladen werden an der stelle und mir ist das so ganz bewusst die letzten tage gewesen als ich auf der söhsettalsperre war da bin ich losgegangen und hat ja gesagt himmelsröte und ich habe fotos bekommen nicht mit der himmelsröte aber ich habe ein foto bekommen was mir gefallen hat ist aber auch ohne foto ausgehen können und dann ist man tatsächlich mit fotografie mit so einer fototour eigentlich immer an dem punkt man möchte fotos abliefern also ich habe so den innerlichen druck ich mache mir den druck selber dass der kommt nicht von euch aber der kommt bei mir selber dass ich sagen lichtsetzer fotografie foto das heißt ich möchte und muss ein foto abliefern muss ist eigentlich das falsche wort weil wenn man was muss eigentlich will ich das aber durch den namen will ich das ich hoffe ihr versteht was ich meine ja und ich habe aber eigentlich auch bock einfach nur mal eine schöne gegend zu zeigen also ich habe zum beispiel aus verland letztes jahr ein video gemacht das habe ich bis jetzt noch nicht veröffentlichen aus dem ganz einfachen grund weil ich dort keine fotos gemacht habe ich habe dort nur video material gemacht und irgendwie finde ich das dann mit so einem kanal namen falsch hört sich vielleicht bekloppt an aber so ticke ich gerade dann habe ich mir überlegt okay ich möchte aber auch nicht ganz weg von der lichtsetzer aber ich finde lichtsetzer finde ich gut und dann habe ich gesagt okay ich bin in vielen live streams ja mit dabei gewesen als gast auch dafür danke das hat mir eine menge spaß gemacht ich freue mich schon auf den einen oder anderen live stream der auch schon wieder einer pipeline steht und immer wenn ich da begrüßt würde dann heißt es noch mal der lichtsetzer es sagt ja keiner lichtsetzer fotografie sondern torsten der lichtsetzer ist da und habe ich gesagt das ist so ein für mich so ein smiley ich finde das toll weil die leute mich damit assoziieren torsten der lichtsetzer und habe ich gesagt okay dann bin ich eben halt der lichtsetzer und streiche einfach das fotografie weg der content bleibt im prinzip der gleiche auf dem kanal es geht um fotografie analoge fotografie street fotografie landschaftsfotografie und wo ich sonst noch bock drauf habe es gibt ein paar sachen die werde ich hier definitiv nie auf dem kanal machen weil das ist nicht mein foto genre das ist auch in ordnung aber es könnte einfach sein dass ich einfach mal sage ich laufe durch irgendeine stadt und sagen kamera vielleicht nicht dabei weil action kamera nur dabei und ich zeige euch einfach die gegend und ihr nehmt euch nachher selber mit was sie an fotos haben möchtet oder nicht und guckt euch die gegend an und dann ist es nicht immer mit foto ich bin da ein bisschen freier und es ist auch ein bisschen kürzer und es ist auch bei instagram ein bisschen kürzer wenn man mal den namen eingibt also das hat auch so ein paar marketingvorteile wie man so schön sagt keine ahnung davon ich mach das alles aus dem bauch heraus mein marketing kommt aus dem bauch ja wie gesagt es ist so meine idee ihr könnt ja mal gerne in die kommentare unten schreiben was ihr davon haltet daumen hoch oder daumen runter könnt ihr gerne machen apropos da mir ist das völlig egal wenn daumen hoch macht oder daumen runter macht also an die leute die immer daumen runter machen danke auch dafür weil ihr tut mir dann riesen gefallen mit wer sich ein bisschen mit algorithmus beschäftigt der daumen runter ist eine reaktion für youtube und damit wird mein video übrigens noch besser ausgespielt also von daher so what also also ich mache das übrigens so wenn ich ein video nicht mag dann gehe ich einfach von dem kanal runter und schaue nicht weiter also das ist so meine art dazu aber okay ist ja auch völlig egal ich fand es nur sehr amüsant an der stelle ja schreibt es gerne in die kommentare wer mich noch nicht abonniert hat sollte das tun übrigens da noch mal dankeschön an die 700 abonnenten special gibt es zu 1000 habe ich ja schon erwähnt ansonsten jetzt bin ich kurz über 15 minuten raus und das sollte es auch so sein ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen ersten mai genießt die schönen brückentage die nämlich jetzt kommen es kommt ja noch himmelfahrt es kommt pfingsten macht euch ein schönes wochenende oder auch ein verlängertes schönes wochenende genießt einfach die zeit oder ich wünsche euch einen schönen abend schönen tag je nachdem wann ihr dieses video schaut ich bin raus und wir sehen uns demnächst wieder hier auf meinem kanal